Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Prototime. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fang, oder such erstmal die Mission. Also, fang an, die Mission. Egal. Ach ja, die Stadt ist schön. Oh, Landmarke. 85 sind's schon. Naja, oder erst. Gut, Mission gestartet. Ja, da ist er doch wieder. Captain Cross heißt er also. The Rogue Blackwatch Units are massing at one of his bases and setting up roadblocks to allow him to get to the Brooklyn Bridge. He'll try and push through there. We need to hit him at the base now, before the defenses are complete. Force him out of his hole. When he makes a run for it, consume him. Keep the pressure on and he'll keep running. But don't let him escape. If he makes it out of Manhattan, our ticket onto the Reagan is gone. He doesn't have a chance. Okay, Basis infiltrieren oder zerstören, Taggart rauslocken und konsumieren. Klingt simpel. Ne, Basis ist dort. Aber ich glaube, ich werde dann vorher doch noch ein bisschen Leben holen. Ehm, holen. Die Landmorde lasse ich jetzt wieder jetzt, was auch geblitzt hat. So. Na, da sind auch schon die Ersten. He, die drei Frauen sind ja alle gleich, also. So, vielleicht noch ein Armee-Typisch konsumieren, das macht es vielleicht leichter. Oder? Ich gucke auf das auch noch. Oh. Oh, toll. Ist dort, fantastisch. Na, los. Oh, jetzt rennen wir natürlich noch mehr herum. Kann ich den nicht, äh, leise konsumieren, also so protect. Egal. Kopfgeschissen. Okay, so. Geschafft. Ich bin jetzt nur noch zur Basis, die muss zerstört werden. Da ist kein Helikopter in Sicht, irgendwo. Das wäre doch das Einfachste gewesen mit dem Helikopter den ganzen Spaß zu machen. Oh, nein. Das sind ja wieder blöde Drohnen, ne? Erstmal noch Upgrades gucken. Oh, ich glaube, da habe ich zu wenig Erfahrungsgut dafür. Ja, definitiv zu wenig. Powerbomb, doch, Powerbomb könnte ich schaffen, aber das ist ja nur auf Einzelne bezogen. Na gut. Bleibt nichts anderes übrig als, auch toll, da ist eine Erinnerung. Und wie immer in so einer Basennähe oder sonstigen Emissionen, aber ich hasse es. Toll. Die MG ist aus meinem Weg, ja. Oh. Ja. Oh, super Soldaten. Okay. Okay, ein Drittel ungefähr habe ich schon mal geschafft. Oh, noch mehr von diesen Scheiß und Ws. Mit einem Alarm, was ist. Da ist ein der Sumo Soldat hin. Ja. Da ist er doch. Das macht er sich. Der Basis ist auch kein Schaden, wenn ich jetzt so... Ah, alles wird schon in Ruhe. Ui. Wir sind ja dahinter gekommen. Egal. Das, äh... Nervt mich. Das macht aber alles mit Schaden, der Basis. Ja, nicht viel. Oh, Panzer. Geht weg. Oh, guter einer weniger. Okay, ich muss den ganzen Aufsieken, muss er denn. Ja. Hüpp doch mal auf das Ding. Super Arschloch. Oh, ich muss ihn an. Ja. Okay, ich muss ihn an. Okay, ich muss ihn an. Ich muss ihn an. Ich muss ihn an. Ja. Ja. Mein Basis tut den Panzer und den anderen könnten wir gleich kaputt und stürmen. Dies war nicht mein Volk. Na, was gibt der? So, jetzt nehmen wir irgendeinen Hotze und wer vielleicht kommt. Nicht mal irgendwas nach der Basis werben darf ich. Der Ballert weiter auf die Basis, das ist echt durchfassend. Ups, langsam dunkel. Wann bin ich lau? Da würde sich das doch so simpel an Basis zerstören fertig. Jetzt aber, komm. Oh, nicht gebrochen. Lass mich doch mal in Ruhe. So, weg ist er. Da lag doch... Na, ja. Und? Ja. Weg damit. Abbrisskommando Alex Mercer wieder zugeschlagen. Oh oh. Oh oh. Also der Panzer ist wieder heftig. Ah, da sitzt der Kunde noch drin. Er hat's gedacht. Mist. Und jetzt kann man mich da weg. So blühtlos, dann kann man mich bleiben. Könnte ich mal wenigstens rein. Oh. Nein, ich komm nicht rein. Er kommt nicht rein. Wahrscheinlich weil ich schon ein bisschen geschossen wäre. Oh oh. Nervt mich. Oh oh. Das ist dasirtyste. Ach wie geht deinem Vogel. Und du ja. Oh, jedes Mal wenn ich rein will, wird ich runtergebrannt, wenn ich auch mal hier. Mach doch mal, Ento, der liegt doch. Na? Ganz schön wieder. Als ob der immer anbricht. Oh, das hört ja gar nicht mehr auf mit dem Fahrzeug. Ja. Ja. So, Nummer 1. Lass mich lösen. Scheiben, Leister, ich hab die Kugel oder whatever, hab ich mitgetroffen. Ja, genau. So, weg damit. Lass mich in Ruhe. Oh, die werden nicht geschafft. Falsche Taste gedrückt. Nein. Nicht Weapons. Nicht Armut. Nicht Armut. Jetzt. Komm, ich hab Hunger. Sehr schön. So. Dann lass ich mich wenigstens mal vom Augenblick in Ruhe. Ach, scheiße. Was viele Leute. Und noch mehr Panzer. Und noch mehr Panzer. Und noch mehr Panzer. Aufstellen und mitfahren. Oh, toll. Jetzt kommt natürlich wieder was. Das müssen wir machen. Bescheid. 4? 5? Ich kann das ganz schlecht erzählen. Ja. Auf jeden Fall ist ein Ameck. Ähm. 2 Ameck. 4 Ameck. Woa. 2 Ameck. Oh. Oh. Ähm. Oh. 3 Ameck. Oh. Ah. 2 Ameck. 2 Ameck. das ist doch viel gewesen 4 sehr schön genau hau ab du Arsch wenn ich dich in die Finger kriege oh man oh ich will doch nur drauf das ist nicht drauf so wieder in Erinnerung Scheiß doch langsam ok jedes Mal nicht einbekommen Paketen toll also brauche ich das eigentlich gar nicht machen ich glaube ich werde die Episode jetzt auch beenden und da es sehr lang geht ich weiß nicht wie lange die Mission jetzt noch gehen wird also nicht wundern wenn ich dann irgendwann einen Cut mache ich sag schon mal Tschüss ja es kommt gerade überhaupt nichts ja ok dann viel Spaß bei der nächsten Episode euer Jesus kein Pechen ich weiße nicht es ist es ist es ist es ist